Also, wieso passiert das in jedem Video? Jo Leute, und cool, dass ihr zu einem neuen Video mit am Start seid. Und falls du jetzt denkst, Vivi, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Haare zurück. Ist okay, ist okay. Wenn man die frisch macht, sehen die echt seltsam aus. Aber die legen sich so im Laufe des Tages und dann sind die mega schön, so ein bisschen wie 12 Likes. Das zeige ich dir auf jeden Fall auf Instagram, solltest du mir folgen. Deine Videos gehen immer besser los, Vivi. Jetzt fängst du mit Eigenwerbung an. Jedenfalls habe ich hier die Glossybox stehen. Und ich habe gedacht, die packen wir direkt mal zusammen aus. Ich sehe übrigens so aus, nicht weil ich dachte, heute habe ich ganz viel Zeit und richtig Bock drauf, sondern eher, weil meine Mom Geburtstag hat und wir da gleich hinfahren. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie immer, was das Glossybox-Thema ist. Natürlich nicht. Ja, das ganz normale Glossybox-Design. Das ist ein schöner Hintergrund, oder? Komm mal, das andere machen wir hier hin. Ah, es ist ja nicht aussalten. So sieht es jetzt erstmal aus, also wie immer. Es wird richtig motiviert, was ich hier mache. Und jetzt machen wir nochmal schnell meine chirurgischen Fähigkeiten hier. Ohne, dass es reißt, du. Ohne, dass es reißt. Wow, okay. Das ist schon mal saucool das Erste, was ich hier sehe. Ah, ich bin gespannt, was du sagst. Ich glaube, da muss mal ein Typ für sein. Ich hole mich mal ein bisschen runter. Also das Erste, was ich hier aus der Box hole, sind diese Your Facial Mini Scrubber with Smart Technology. Gentle. In der Stärke Gentle. Das sind so eine Abschminktücher, glaube ich. Oder in dem Fall, das ist, glaube ich, so ein Peeling-Tuch. Aber das gibt es auch als Abschminktücher und so. Und das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, finde ich. Ich finde, Alternativen zu finden, zu sein, die weniger Müll machen, finde ich immer gut. White Peach Koriander. Okay, was habe ich hier in der Hand? Ich habe hier zwei. Ein Aroma-Erfrischungstuch und ein Aroma-Erfrischungstuch. Wofür brauche ich Aroma-Erfrischungstücher? Hat mir in meinem Leben bisher noch nie gefehlt, aber sag du mir doch gerne, ob du sowas brauchen würdest. Das nächste Produkt, was ich hier aus meiner Box hole, finde ich grundsätzlich erstmal cool, werde ich aber nicht behalten. Das ist von Wolke 7 von Vanessa Mai. Das ist ja gerade so eine Alverde-Kooperation. Und das ist hier so ein... Ja, riecht auch ganz gut. Ein Labello mit Pflegekern. Ein farbiger Labello mit Pflegekern. Ich weiß es nicht genau. Ich habe aber mein Pflegezeug von meinen Lippen, deswegen brauche ich das nicht. Aber grundsätzlich ist es ja trotzdem ein cooles Produkt. Ich presche hier heute auch durch, ne? Aber wir fahren ja gleich zu meiner Mutter und ich muss das Geschenk noch einpacken. Und es ist nicht so, du hast was und du packst es ein, sondern so richtig mit auf so einen Pappboden kleben und so krasse Folie und oben zusammenschnörgeln und so. Und ich habe gedacht, ich will aber das YouTube-Video jetzt noch drehen, damit ich am Sonntag mich ganz entspannt hinschillen kann, mich nicht mehr schick machen muss. Schick ist halt so, liegt im Auge das Betracht. Ich glaube, ganz viele finden die Haare nicht schick. Und es einfach ganz entspannt schneiden kann, weil schneiden kannst du halt immer. Ich kann nämlich auch wie ein Assi vor die Kamera setzen. Würde euch wahrscheinlich auch nicht jucken. Würde so ein bisschen für mich sprechen. Aber genau, deswegen war mir das nochmal wichtig, dass ich das jetzt noch mache. Deswegen presche ich vielleicht auch ein bisschen durch. Also, wieso passiert das in jedem Video? Das nächste, was ich hier habe, ist von Aiko. Aiko? Aiko. Wahrscheinlich Aiko wegen Auge. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich wegen Auge. Also von Aiko. Black Magic Mascara. Cool. In meinem letzten Video, verlinke ich euch auf jeden Fall mal hier oben, gab es auch so eine Mascara aus so einer Tube, aus so einer Tubenform. Also schon anders, aber ist auch wahrscheinlich eine Mascara, ne? Ja. Oh, sogar mit leichter Krümmung. Das ist ja geil. Das finde ich echt cool. Da bin ich mal gespannt drauf. So einer leichten, natürlichen Krümmung. Ja, das aus diesen Tuben, glaube ich, wird immer moderner hier, du. Also über Mascaras jeder Art freue ich mich immer. Ich benutze ja die Benefit Mascara mit Überzeugung. Aber ich bin da nicht festgefahren, ne? Also wenn es eine coole Mascara gibt, die mich überzeugt, dann löst das Benefit ab, ganz klar. So, das nächste, was wir hier rausholen, ist 8x4. Ich kenne die Marke, aber ich habe sie noch nie ausgesprochen. Das klingt jetzt irgendwie seltsam. 8x4. Das ist ein Deo. Velvet Blossom. 24 Stunden. 24... 24. Steht da nicht. 48, aber ist okay. 48 Stunden zuverlässiger Deodorant-Schutz-Dermatologus-Bestätig. Bla, bla, bla. Eigentlich würde ich das gerne mal... Ach, muss es aber aufdrehen. Oh ja, das riecht sehr blumig, aber finde ich gar nicht so schlecht. Ich nutze halt immer eine Rolle eigentlich. Früher, als Jugendliche, habe ich immer gedacht, Rolle? Gott, das ist was für alte Frauen. Shame on me, ich liebe Rolle jetzt. Ja, aber das werde ich auf jeden Fall in meine Sporttasche oder so machen. Würde auch eine ganze Weile halten, weil... Ist jetzt nicht so, dass ich oft zum Sport gehen würde. Aber dafür ist es, glaube ich, ganz gut. So, das nächste, was ich hier habe, ist ein Concealer. Das ist natürlich saukool. Anti-Winkle. Vegan. Ich habe hier irgendwie Eyeliner an meinen Fingern. Das ist irgendwie nicht sehr ästhetisch. Also, der sieht so aus. Das ist die 002. Neutral, fair. Und das hat hier vorne so einen Böffel. So einen Böff, 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 Böff. Böff, Böff, Böff. Ja, weiß nicht, ob man das irgendwie erkennen kann. Böffel halt. Wie sagen da andere Menschen dazu? Wahrscheinlich nicht Böffel. Ich glaube, da muss man das hier unten drehen. Ja. Neue Concealer ausprobieren, finde ich auch immer saukool. Ich trage ganz häufig auch nur Concealer ohne Make-up. Also, heute trage ich auch Make-up. Aber ganz häufig trage ich auch nur Concealer für Augen kaschieren. 3000 Jahre später. Ah, okay. Der ist sehr hell. Aber der könnte gut für mich funktionieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob der noch oxidiert hier. Ich bin halt auch kein Profi, ne? Aber ist eigentlich ganz schön. Ja, das ist doch mal ein geiles Produkt für mich. Fühlt sich auch sehr sanft an. Schön! Werde ich ausprobieren hier. Ausgiebig testen werde ich es. Richtig neutral. Und dann sind wir auch schon fast wieder durch. Also, das letzte Produkt, was ich hier jetzt aus meiner schicken Box hole. Ich habe noch gar keine Ahnung, was das hier sein soll. Also, da sind Augen drauf. Vielleicht ist das hier so für den Winkle. Für den Eyeliner. Hier steht auf jeden Fall Stump and Drag drauf. Stamped wahrscheinlich. Stump and Drag. Von Kate London. So, dann machen wir das doch mal auf den Spaß hier. Und gucken wir uns das mal an. Aber die Verpackung ist auf jeden Fall mit diesem Holo-Effekt schon mal sehr, sehr hübsch. Ja, und ich denke mal, dass das was dafür ist. Wenn man mit seinen dicken Wurstfingern da nicht reinkommt. Geil! Seid ihr auch so die Leute, die mit ihrem Arm in der Pringelsdose stecken bleiben? Ja, ich gehöre dazu. Das kommt mir erstmal sehr dick vor für einen normalen Eyeliner. Aber ich will da gar nicht... Ah ja, genau. Ist auch ein bisschen dickeres. Wie viel wieder? Ja, also, jetzt mach ich mal kurz meinen Ärmel hoch. Sonst geht's hier gleich schief. Also, das ist schon mal... Ich hab noch nie so ein dickes benutzt. Aber das ist mal interessant, das zu testen. Nein, hör auf. Da ist so ein Stempel dran. Hör doch auf. Und dann machst du dir hier so ein Stempel für deinen Wing. Oh, den hätte ich heute gebraucht. Junge, den hätte ich heute gebraucht. Weil das sind auf jeden Fall auch keine Zwillinge. Das sind nicht mal Geschwister, weißt du? Das ist ja mega fett. Das werde ich ausprobieren. Folg mir auf jeden Fall auf Instagram. Das testen wir zusammen. Das testen wir auf jeden Fall zusammen. Falls du das hast oder sowas mit Stempel kennst, schreiben mir das gerne mal unten rein. Mich würde mal interessieren, was deine Erfahrungen sind. Aber das sieht erst mal sehr nice aus. Und dann werden sie wenigstens gleich. Vielleicht nicht auf einer Höhe, aber gleich. Eine Höhe ist bei mir auch so eine Sache. Okay, das war eine richtig coole Box, fand ich. Also das finden, glaube ich, ganz viele toll. Also das sind, glaube ich, meine Highlights hier. Obwohl die Mascara auch saukool ist. Bei dem weiß ich halt nicht so 100% warum. Aber er wird alles seine Berechtigung haben. Schreib mir doch gerne mal unten rein, was du damit machen würdest. Und jetzt schreib nicht dich erfrischen. Weil wenn du dich im Gesicht erfrischt, dann ist dein Make-up weg. Und weiß ich nicht, ob das so eine Erfrischungstücher für die Arme sind. Das wäre, also für die Achseln. Das wäre natürlich dann irgendwie plausibel. Aber dann kannst du halt... Also ja, doch, wenn es dafür ist, dann geht es eigentlich klar. Ich habe gedacht, kannst auch ein Deo nehmen, aber dann überdeckst du es halt bloß. Dann bist du ja nicht fresh. Also, wenn du das weißt, oder vielleicht erzähl mir das das Glossy-Magazin auch gleich. Wenn das für die Achseln ist, ist das cool. Wenn es nicht für die Achseln ist, wäre das irgendwie seltsam. Aber an erster Stelle steht hier Alkohol. Glaubst du nicht, das brennt vielleicht unter den Achseln? Wenn es da drin nicht steht, wissen wir, dass ich es ausprobiere. Und wir wissen auch, dass es bei mir brennen wird, oder? Ja, dann wie gesagt, Deo, denke ich, brauchen auch genug Leute. Und das hier finde ich halt auch richtig spannend. Jo, mit O. Das war doch erfolgreich. Das war doch eine coole Ausbeute. Und ich mal gucken, ob es jetzt... Ja, also es ist auch komplett... Komplett... Festvorreibung. Also klar, ein bisschen verliert es schon. Aber es wischt halt nicht. Das ist auch wichtig immer. Weil wie oft gehe ich darüber und denke, nein, du hattest was drauf. Oft. Ja, Leute, damit war das schon unser schnelles Speed-Video. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Ich glaube, das ging jetzt vielleicht maximal 10 Minuten. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Ich weiß, dass ich mit der Glossy-Box diesen Monat sehr, sehr spät bin. Aber ich habe es echt nicht früher geschafft. Es war so viel los hier bei mir. So viel. Genau, schreib mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar, ob du die Glossy-Box abonniert hast und wenn ja, ob du die gleichen Produkte drin hast. Und selbst wenn du sie nicht abonniert hast, schreib mir doch gerne, was so dein Highlight war. Oder ob du sie cool fandst. Erzähl einfach mit mir. Ich finde es immer so cool, wenn wir in den Austausch treten können. Und ja, Daumen hoch, habe ich gesagt. Komm, da habe ich... Achso, ja, hier, guck mal hier. Das freshe Kommentar, über das ich mich sehr gefreut habe. Dass ich das noch nicht auswendig kann im Schlaf. Junge, Junge. Danke auf jeden Fall an dich und an alle anderen, die immer so fleißig kommentieren, liken und einfach da sind. Das ist toll. Weil ganz am Anfang habe ich es halt echt nur für mich gemacht. Da hat nur meine Kollegin mich geschaut. Und jetzt sind wir einfach schon über 4.000 Leute. Was einfach krass ist und wofür ich mich mega freue. Und umso aktiver ihr seid, umso mehr sehe ich da ein realistischer Mensch schon hinter. So, aber jetzt ist auch aus die Maus Schluss... äh... Russkuss. Schlusskuss. Wow, ich wollte irgendwas cooles rein. Hat nicht so geklappt. Genau, damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Hab es fein. Und ciao, Kakao.